Ein Element in einem Thumbnail zu verpixeln, ist eine super Möglichkeit, Zuschauer neugierig auf das Video zu machen. In Photoshop kann man super einfach Sachen verpixeln und wir schauen uns heute mal an, wie es funktioniert. Das ist mein finaler Stand, den ich erreichen möchte, aber schauen wir uns mal Schritt für Schritt an. Dafür blende ich erstmal alles wieder aus. Und hier ist meine Originalkarte. Bevor ich mit dem Verpixeln anfange, hier vielleicht noch ein kleiner Trick, wie ich auch diesen Rand hier wegbekomme, dass ich diese schöne Kartenform habe. Dafür nehme ich einfach das Rechteckwerkzeug, wähle dann hier Pfad aus und kann dann hier den Pfad so ziehen, dass er wirklich auf diesem Rechteck drauf liegt. Ein bisschen nachjustieren. Und um jetzt die abgerundeten Ecken zu bekommen, ziehe ich einfach hier an diesen Kreisen mit gedrückter linker Maustaste rein und habe hier nun ein abgerundetes Rechteck. Nun kann ich einfach hier auf Pfade gehen, auf diesen gestrichelten Kreis und dann macht er aus meinem Pfad eine Auswahl. Ich gehe wieder zurück auf Ebenen und kann dann hier bei meiner ausgewählten Ebene eine Maske hinzufügen. Und schon habe ich hier mein abgerundetes Feld. Um nun meinen Verpixelungseffekt anzuwenden, muss ich nun erst einmal sicherstellen, dass ich auch hier meine Ebene ausgewählt habe und nicht meine Maske. Wenn die Maske ausgewählt ist, versucht er den Verpixelungseffekt auf die Maske anzuwenden, was natürlich in meinem Fall nichts bringt. Deswegen hier einmal auf die Ebene klicken und dann das Auswahlwerkzeug anwählen, auch zu erreichen mit der Taste M. Dann hier den Bereich, den ich verpixeln möchte, auswählen. Und dann über Filter, Vergrübungsfilter, Mosaikeffekt gehen. Und hier habe ich nun schon eine Vorschau, wie meine Verpixelung aussehen kann. Ich kann nun über die Anzahl der Quadrate auswählen, wie stark es verpixelt wird. Also je weniger Quadrate ich habe, desto mehr sieht es aus wie das Original. Je höher ich gehe, desto stärker verpixelt ist es. Ich wähle mal so einen Mittelwert und klicke OK. Um nun noch mehr zu verpixeln, kann ich einfach noch weitere Elemente auswählen. Wenn ich die Steuerungstaste nun gedrückt halte, kann ich auch ein weiteres Auswahlfeld aufziehen und auch zwei Sachen gleichzeitig verpixeln. Wieder auf Filter, Vergrübungsfilter, Mosaikeffekt gehen und er merkt sich auch die Einstellung von vorher. Ich klicke auf OK und schon ist mein Verpixungseffekt angewendet. Aber aufpassen, das verändert tatsächlich die Grafik. Also ich kann das nicht wieder einfach so rückgängig machen, weil ich wirklich die Grafik damit verändert habe. Also sicherheitshalber vielleicht nochmal eine Kopie davon machen, falls ich nochmal auf die Grafik zurückgreifen möchte. Das ging doch echt schnell, oder? Also falls dieses Video für dich hilfreich war, dann hinterlass mir doch einen Daumen nach oben. Was auch super praktisch für Thumbnails ist, sind Konturen. Damit kann man schön nochmal was hervorheben. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, wie man die in Photoshop erstellt. Und abonnier doch den Kanal, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.